hallo mein name ist alexander gottwald ich bin der gründer der reiki freundschaft die energetische online akademie und ich möchte euch heute mal etwas davon berichten wie das mit den kostenfreien updates funktioniert das vielleicht schon mal davon gehört dass mitglieder der reiki freundschaft neu in die akademie aufgenommene systeme gratis mit dazu bekommen davon handelt jetzt auch mein neuer blog artikel im reiki blog der reiki freundschaft denn im mai sind wieder 33 neue systeme aus den bereichen reiki energiearbeit und selbst coaching neu mit dazugekommen wir haben also jetzt insgesamt 653 einweihungen in energetische systeme die von 495 verschiedenen skripten also leer unterlagen manuals begleitet werden die allesamt für die mitglieder jederzeit verfügbar sind so das was also neu hinzugekommen ist im mitgliederbereich sind diese 33 neuen systeme die du hier sehen kannst da sind auch etliche von ole gabrielsen mit dabei die auch wenn man sie einzeln kauft einiges kosten es sind sehr spezielle dinge auch dabei wie gedichte des meiji kaisers also aus japan die usui sensei also der begründer an usui reiki damals als schulungsgrundlage für seine persönlichen schüler auch verwendet hat solche speziellen dinge findest du also dann auch im mitgliederbereich der reiki freundschaft und eben für bereits bestehende mitglieder sind solche neu aufnahmen in die reiki freundschaft dann jeweils kostenlos jetzt schauen wir mal kurz in den mitgliederbereich hinein der natürlich eigentlich den mitgliedern vorbehalten ist ich schaue einfach mal kurz mit dir hier zusammen rein dass du mal siehst wie du zum beispiel findest wann es updates gibt mal abgesehen davon dass wir dich natürlich auch informieren also als mitglied erhältst du dann also ein newsletter in dem dann drin steht dass es wieder was neues gibt so und hier haben wir jetzt also diese updates dann auch aufgelistet updates mai 2011 da hat unser admin die auch die mitgliederbetreuung macht die jutta kramer hat hier die updates zusammengestellt und wie du hier sehen kannst die sind auch bereits verlinkt das heißt also wenn man da jetzt auf einen dieser links drauf klickt dann kommt man hier hinein wenn man vorher seine zugangsdaten eingegeben hat das habe ich vorhin schon mal gemacht damit sie etwas schneller geht und dann sieht man also hier sind die unterlagen und die kann man sich direkt hier online anschauen man kann sie auch herunterladen man kann sie ausdrucken und so weiter also alles ganz einfach gestaltet so jetzt schauen wir noch mal wenn du also alle unterlagen suchen würdest also nicht nur die neuen sondern eben alles was im mitgliederbereich enthalten ist dann gehst du auf diesen in dieses forum das heißt skripte und das öffnet sich dann jetzt auch gleich so und dort gibt es dann den bereich deutsche skripte und in diesem bereich deutsche skripte siehst du alles was wir also jemals was wir jemals der reiki freundschaft hin zugefügt haben was also hier enthalten ist hier ist es genau das gleiche also du brauchst einfach nur auf eins der skripte drauf zu klicken und schon öffnet es sich ja hier will er dann den benutzernamen ich gebe das hier mal ein und das passwort okay und schon hast du also die unterlagen hier zum gewünschten system verfügbar die du dir dann anschauen kannst und eben natürlich auch herunterladen wie du das gerne möchtest und du findest also hier in dieser liste wirklich alphabetisch geordnet alles was in der reiki freundschaft enthalten ist so dass du also jederzeit auch einfach da reinschauen kannst und dir das herunterladen kannst und die einweihung abrufen kannst was dich eben gerade anspricht so ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem blog artikel im moment ist eben der mitglieder bereich für neu aufnahmen geschlossen du kannst dich aber wenn du gerne auch mal dabei sein möchtest und von den vielen vorteilen der reiki freundschaft profitieren willst und auch informiert werden möchtest wenn wir mal aktionen machen also wir haben manchmal für ein paar tage speziell reduzierte aufnahmegebühr über alle diese dinge würdest du dann informiert wenn du dich hier in dieses formular einträgt das ist ganz einfach also du trägst hier einfach deinen vornamen ein und du trägst hier einfach deine e mail adresse ein und fügst dann die e mail adresse noch einmal hier hinzu einfach als bestätigung dass die e mail adresse auch korrekt ist und dann klickst du auf füge adresse hinzu jetzt bin ich wieder hier auf der seite so und auf dieser seite kannst du auch natürlich wieder kommentieren also in jedem unserer blog artikel kannst du kommentieren und du kannst auch das bei facebook weiterempfehlen also indem du hier auf diesen gefällt mir knopf drückst kannst du das bei facebook deinen freunden empfehlen einfach sagen das gefällt dir oder du kannst es auch speziell bestimmten leuten von denen du denkst dass es für sie interessant ist bei facebook eben senden und wenn du das video bei youtube siehst freue ich mich auch wenn du einfach mal unter dem video auf mag ich klickst wenn dir das video hilfreich erscheint ok also wenn du magst trag dich einfach hier mal unverbindlich in die vip informationsliste ein denn diese menschen die sich hier eintragen die werden vor allen anderen interessenten informiert wenn wir wieder freie plätze haben und ich kann dir sagen bei der letzten aktion ging über die hälfte der verfügbaren plätze allein an diese menschen die sich in die vip liste eingetragen haben ok ich freue mich wenn ich dich im mitgliederbereich sehe wenn wir wieder freie plätze haben und wünsche dir bis dahin viel freude beim entdecken der möglichkeiten der reiki freundschaft alles ist liebe 2.